Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Tina und der Sonja auf der alten Map unterwegs und wir hatten eine sehr, 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 sehr spannende Runde, in der ein ganz, ganz blöder Fehler passiert ist. Welcher das ist, müsst ihr euch angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Macht rein viel Spaß. Na klar kriegen wir eine Feuerwehr, ne? Ja, ach man. Wir haben die 25% erwischt. Ja. Ach Gott. Na, das ist doch schön. Machen und weitergehen, was? Ja, wir haben ein großes Gebiet. Ich würde nicht weitergehen, tatsächlich. Ich würde warten, bis es fertig ist. Ja, aber wir haben noch keinen Ausgang. Ja, aber großes Gebiet, also die Gefahr ist sehr hoch, dass wir dann ins Kleine laufen und die uns die Dings klauen. Hm. Was ist denn hier unten reingefallen? Ja, ich gehe auf ihn. Weiß. Komm mal mit, wir brauchen nicht. Könnt ihr mir hier unten die Türme aufmachen, bitte? Ähm, Dieter? Ich habe einen Kumpel für uns dabei. Hm. Warte, warte, warte. Warte, warte. Da würde ich es erstmal nicht machen. Ähm. Nordwesten, Norden, Nordosten. Mittlere Range. Okay. Und der Wante. Ich kann deine Arschbacke sehen. Ich möchte hier nicht beschehen bleiben. Geh doch. Dann geh doch zu Netto. Ich glaube, ich komme krank. Komm ich mit High Velocity durch die Kisten? Nee, ne? Ähm. Da fragst du jemanden. Mark? Ich benutze das doch nicht. Nee. Kommt mal mit High Velocity durch die Kisten. Holz. Ja, Holzkisten. Ja, komm. Ich komme durch Kisten. Äh, durch Holz. Hihi. Okay. Danke, Mark. Aber noch... No, ich bin nicht... Ja, aber... Aber... Was? Ich habe gesehen. Der lag schon bevor du... Ja. Wow. 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 Wo bin ich? Hä? Einer hat er schon gerufen. Oh, da sind zwei gestorben, glaube ich. Einer steht noch da, direkt daneben. Habe ich. Nice. Wenn die Kugel... Also die Kugel ist ja in der Millisekunde bei mir. Wieso... Wo kommt denn dann auf einmal noch die Kugel her, wenn er rückwärts fällt? Ja. Ne? Das ist halt... Das ist halt Ping bezogen. Und das ist halt scheiße. Hallo Alpha Hunter. Alpha Hunter, geiler Name. Ich guck kurz. Mhm. Ich seh niemanden. Von hier. Ich bin halt low, ne? Ja, dann warte. Hm. Laufen die? Ne. Guten Tag. Hallo. Sehen nur die im Bossraum? Rechts oder links? Rechts, ne? Bin halt ultra lahmarschig. Was gibt's zu essen? Oder hast du's gebissen rausgenommen? Oh, geil. Ich will auch studenten. So, wir haben jetzt getrappt. Woher gibt's zu essen? Hier sind Säckchen. Ich guck nochmal ganz kurz. Immer noch drei Mann drüben drin. Ich hab nur ne Flash, Leute. Mhm. Schönen guten Abend. Same to you. Thank you. Hat er Deutsch geredet? Ne, wieso? Schönen guten Abend hab ich verstanden. Ich hab schönen guten Abend gestanden. Jetzt kommen wir da nicht durch. Kacke. Ähm, zwei Teams, zwei Teams. Ehrlich? Ja. Wo? Die drei im Boss waren und dahinter waren noch Minimum zwei. Was ist dahinter? Was ist dahinter? Himmels Richtung? Nordwesten. Westen, Nordwesten. Die schmeißen Feuer? Ja, kacke. Er hat, ähm, Flechette. Und der Dragon Breath, äh, Dragon Breath, glaub ich, war das. Ich mach hier hinten mal das rote Pass weg. Und das hier drinnen auch. Ach, da ist ja auch noch ein Team. Hm. Scheune Südwesten auf dem Dach. Scheune Südwesten auf dem Dach. Hier kann er einmal am Eingrabtrupp. Komm, gib mir einen Düner, bitte. Ich hab noch einen Düner, ich hab noch einen Düner und eine Frag. Na, Klingelbombe. Südwesten, den seh ich nicht. Ich hör ihn aber. Hm, sind zwei Mann im Südwesten. Auf dem Dach? Hm, einer erhöht, der andere unten, würd ich sagen. Oh, ich hab ihn gesehen. Ja, auf dem Dach. Ja, auf dem Dach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tschüss.